Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zum Display Unboxing. Das Ganze bereitgestellt von Games Island. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich packe das ganze Ding jetzt erstmal aus. Wir haben, für die Leute, die es noch nicht kennen, 36 Booster pro Display. Und ja, das Ganze bastle ich jetzt hier erstmal wieder zusammen. So, und die 36 Booster werde ich wie immer aufteilen in 3x12 Pakete. Und das Ganze dann in 3 Videos für euch bereitstellen. Das sind die ersten 12, die kommen hier ins erste Video. 4, 4, 4. Und wir fangen direkt mit dem ersten an. Ja, ich hoffe natürlich auf diverse Guild Leader. Natürlich jeden einmal, damit ich mir 5 Commander Decks bauen kann. Leider alles Mystic Rares. Wollen wir mal gucken. Die Planeswalk hätte ich natürlich auch gerne alle. Ja, Riesenwuchs. Klassischer Reprint. Heroldin der Zentaurin. Ja, ein bisschen Burn. Ich gehe natürlich wieder relativ schnell durch die Karten, so wie beim letzten Mal. Interessante Comments werde ich ansprechen. Und ja, die ganzen Ancomments werde ich natürlich eventuell näher besprechen, wenn sie denn gut sind. Und natürlich die Rares. Bulgari Amulett. Ja, die ganzen Amulette finde ich ja äußerst gelungen. Jede Gilde hat ein Amulett. Sie haben immer 3 Fähigkeiten, von denen man sich eine aussuchen kann. Das Ganze als Spontanzauber gefallen mir immer gut. Ja, finde ich auf jeden Fall schön. Und die erste Rare für diese Video. Verbindung zur Unterwelt. Für 3 Mana, Landverzauberung. Das verzauberte Land kann man tappen, einen Lebenspunkt bezahlen, eine Karte ziehen. Praktisch wird dadurch ein Land zu einer Phyrexian Arena. Ja, sorgt für Kartenvorteil. Sehe ich jetzt natürlich nicht im Constructed. Eher eine Highlander- oder Commanderkarte. Nicht schlecht. Schwarz hat ja eh Probleme mit Card Draw. Ja, deswegen eigentlich relativ solider Draw für Schwarz. Kommen zu Booster Nummer 2. Wir gehen mal wieder recht fix durch die Comments. Terrorform, aufkeimende Stadt. Bandzauber, neutralisiert Spontanzauber für 1 Mana. Finde ich eigentlich auch noch eine recht gelungene Karte. Diverse Populate, Ausplündern-Karten. Wir kommen zu den Uncommens. Der Säbel, einer der wenigen Equipments dieses Sets. Höllenloch-Drescher. Den finde ich in der Tat ziemlich gut für 3, 3, 2 entfesseln. Also 4 Dreier-Kreatur. Für 4 kann man ihn opfern, um 4 Schaden zu verschießen. Finde ich als Uncommens eigentlich eine solide Karte. Und die erste Rare. Ja, eine der besten Karten finde ich im Limited. Entweidender Dämon. Für 4 Mana, 6, 6 fliegend. Und zu Beginn des Kampfes kann jeder Gegner eine Kreatur opfern. Falls ein Spieler dies tut, wird der getappt und er kriegt eine Plus-1-Plus-1-Marke. Finde ich eine unglaublich coole Karte. Wie gesagt, fürs Limited, im Constructed, wird er wahrscheinlich jetzt nicht allzu viel Play sehen. Gegen Tokens macht er einfach mal gar nichts. Finde ihn aber relativ solide. Ist jetzt nicht die teuerste Rare. Aber eigentlich an sich ein schöner Dämon. Kann ich nicht meckern. Booster Nummer 3. Frostbrand, Seltsamkeit. Wir warten kurz auf die Kamera. Ah ja, wunderbar. Die ganzen Ankommens. Schleuderschergen. Stichwunde. Augen im Himmel finde ich ist ein sehr schöner Kommen. Man kriegt für 4 Mana einen 1,1er fliegenden Vogel und kann danach bevölkern. Also Populate. Sehr schön für die Celestinia-Gilde oder das Celestinia-Deck. Finde ich eine sehr gelungene Karte. Kommt zu den Ankommens. Vandalenrandale. Aufgestandene Zuflucht. Dann Sicherheitssphäre. Die finde ich in der Tat gut. Das neue Ghostly Prison. Fürs UW-Control. Eine recht gelungene Verzauberung, wie ich finde. Für 5 Mana. Kreaturen können dich oder deine Planeswalker nicht mehr angreifen. Falls ihr Beherrscher nicht für diese Kreaturen X bezahlt. X gleich ist die Anzahl der Verzauberungen, die du kontrollierst. Also hat man nur eine Sphäre, ist das 1 Mana. Ja, bei 2 Fähren ist schon für jede Sphäre 2 Mana. Eigentlich ganz cool. Natürlich spielt man das noch mit anderen Verzauberungen zusammen. Notfalls mit einem Arrest. Da kann man recht preiswert schon ein solides Deck bauen. Und da ist die erste Mystic Jarad Lich Fürst der Golgari. Lord Nummer 1, beziehungsweise Gildenführer Nummer 1, hatte ich auf der Liste. Sehr schön. Jeder Lich Fürst, also er selber, kriegt plus 1, plus 1 für jede Kreaturenkarte in deinem Friedhof. Für 3 kann man eine andere Kreatur opfern. Dann verliert jeder Gegner so viele Lebenspunkte, wie er die Golfert-Kreatur stärker hatte. Also auch Multiplayer geeignet, weil wirklich jeder Gegner das verliert. Und ein Sumpf- und Waldopfern kann ich jetzt im Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Ist für's Commander jetzt nicht unbedingt wichtig, weil der Commander ja nicht in den Friedhof geht. Aber für 4, 2, 2. Für's Golgari-Deck die perfekte Kreatur. Wunderschön. Mystic Nummer 1. So, Booster Nummer 4. Geht hoffentlich erfolgreich weiter. Natürlich, dieses Set für die Leute, die sich noch nicht viel damit beschäftigt haben, sehr geprägt durch doppelfarbige Karten. Eben repräsentiert durch verschiedene Gilden. So, weitere Karten mit Populate. Wir gehen durch die Commons. Weg zwischen den Gilden. Eigentlich ein relativ schlechtes Land. Finde ich im Limited aber wieder recht gut spielbar. Eventuell vereinzelt in einem Commander-Deck mal drin. Und Schleichweg der Diebe. Eine Kreatur deiner Wahl. Ist in diesem Zug unblockbar für 4 Mana. Joa. Isit Landungsmarierin. Die wollte ich auf jeden Fall auch haben. Für 3, 0, 3 aufblitzen. Eile. Tab. Sie macht einer Kreatur und Eile, die derselben Namen haben, einen Schaden. Schießt einfach perfekt Tokens ab. Tafel der Gilden für Lifegain und die Rare. Nif Magus Elementar. Ja, ich muss die deutschen Namen immer noch ein bisschen lesen. Ich hab gerade die englischen drauf. Für 1, 1, 2. Schick ein Sofortzauber oder eine Hexerei. Du kontrollierst ins Exil und dann kriegt er 2, plus 1, plus 1 Marken. Joa. Wird vielleicht den Weg finden ins Isit-Deck. Bin ich jetzt aber nicht großartig von begeistert. Booster Nummer 5. Ja, natürlich will ich die Gates oder die Tor-Doppelländer auch diverse Male haben, weil sie einfach in Budget-Decks super sind, um Colorfix zu betreiben. Also die braucht man auf jeden Fall. Verwurzelte Verteidiger, für mich auch eine sehr starke. Kommen, man kann Populate, also bevölkern. Und alle Kreaturen sind bis zum Ende des Zuges Unzerstörber, die man kontrolliert. Schöne Karte. Dann Tavernen. Hasardören. Dann der Gossenschütze, auch für das Isit-Deck. Extremst gut. Goblin für 3, 2, 2. Immer wenn man einen Instant oder eine Source-Free spielt, fügt ihr jedem Gegner 2 Schadenspunkte zu. Äußerst coole Karte, auch Multiplayer geeignet. Vertrauter des Richters, ganz nett. Und bedrohlicher Leichenflößer, ja, wieder passend zum Golgari, passt jetzt auch schön zum Lord. Für 4, 4, 4 und falls eine oder mehrere plus 1, plus 1 Marken auf eine Kreaturen gelegt würde, die man kontrolliert, werden stattdessen doppelt so viele Marken draufgelegt. Das ist natürlich äußerst passend. Das Golgari-Deck mit Ausplündern legt natürlich tonnenweise Marken auf seine Kreaturen. Da passt er natürlich schön, wandert sofort ins Commander-Deck. Booster Nummer 6. Patrouillierende Husaren. Aufblitzen, Wachsamkeit. Einmal scharf stellen, bitte. So, es geht durch die Comments, von denen ich am Ende ja natürlich eh wieder alle x-mal habe, also oft genug. Interessant sind natürlich für die Ankommenten den Horizont absuchen. Den Horizont absuchen, durchsuche deine Bibliothek nach bis zu 3 Standardlandkarten, zeige sie offen vor und nimm sie auf die Hand. Teleportal für 2, alle Kreaturen kriegen plus 1, plus 0 und sind unblockbar. Mit Überlast werden alle unblockbaren kriegen, den Bonus. Ganz nett. Brausende Böe. Ja, tappt beim Gegner für 4 Mana alle Kreaturen. Schöner Defensivspell. Und Kriegsrecht. Für 4 Mana eine Verzauberung. Inhaftiere zu Beginn deines Versorgungsegment. Eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert. Ja, also immer im Upkeep etwas Detain. Ist eigentlich ganz nett. Für 4 Mana relativ langsam. Und oh, wir haben eine Foil. Zusammengehörigkeit, ja leider nur eine Common. 2 plus 1 plus 1 Marken verteilen. In den Celestinia Farben. Aber warum nicht extra Foil? Nehme ich dann noch gerne mit. Das ist natürlich solide. Wir kommen zu Booster Nummer 6. Grimmiger Schauermann. Merkwürdiger Name. Da ist nochmal die Zusammengehörigkeit in Nicht-Foil. Vor der Macht Azorius Eintreiberin. Ah ja, grauenhafte Begegnung. Finde ich Bergung. Ist auch eine äußerst gute Kommen. Auch in den Golgari Farben. Obersten 5 Karten aufdecken. Davon eine Karte auf die Hand nehmen. Den Rest auf den Friedhof. Man darf Kreaturen oder Länder auf die Hand nehmen. So. Dann Blasenspuckende Selbstamkeit. Mäuchen der Thrillkillerin. Ruf der Konklave. Schön für das Celestinia Token Deck. Und die Rare ist eine Missile Rare. Für 6 Mana. Die Regentin der Nekropolis. 6 für einen Fliegend. Und immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, kriegt sie genauso viele plus 1 plus 1 Marken. Ja, ist ein recht solider Vampir. Da ich keine Vampire spiele, werde ich ihn wohl erstmal wegtauschen. Aber er ist nicht schlecht. Also kein Problem. Ein schöner Goblin Token. Den habe ich selber noch gar nicht gesehen. Ja, warum nicht? Ich bin es immer froh, wenn ein Token drin ist. Besser als so eine Werbekarte. Ja, warum nicht? So, das nächste Booster ist Booster Nummer 8. Fängt schön an mit dem Raktos Gildeneingang. Gildeneingang. Schönes Doppelland. Gefällt mir. Dahinter ist direkt der Golgari-Gildeneingang. Sehr interessant. Beide Länder hintereinander. Aber warum nicht? Die nehme ich gerne mit. Das sind eine der Comments, die ich auf jeden Fall gerne habe. Eine grauenhafte Bergung nochmal. Auch eine coole Karte. Seelen zehnt. So Pseudo-Removal in weiß im Ankommens-Slot. Dann geschätzter Fund. Bring eine Karte aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Schicke den geschätzten Fund ins Exil. Äußerster Preis. Übrigens ist in dem Booster wieder eine... Oh, Raktos. Die nächste Missile Crear. Irgendwie ist hier was ganz merkwürdig. Aber ich beschwere mich nicht. Das ist ein Commander, den ich auf jeden Fall haben wollte. Ist auch von den Gildenführern im Moment, glaube ich, der teuerste. Zwar nicht sehr teuer. Aber solide für 4 Mana. 6-6. Legendärer Dämon. Und man kann ihn nicht spielen, falls nicht ein Gegner in diesem Zug schon Lebenspunkte verloren hat. Ja, Fliegen-Trampelschaden und Kreaturen-Zauber, die du wirkst. Kosten beim Wirken für jeden Lebenspunkt, den deine Gegner in diesem Zug verloren haben. 1 Mana weniger. Raktos, Fürst des Aufruhrs. Traumhaft. Wunderbar. Das ist auch recht dick. Ich glaube, da kommt noch eine Foil. Da kommt noch eine Foil. Und... Ja, bedrohlicher Leichenflößer. Der zweite dann nochmal in Foil. Eine Rare. Nehme ich natürlich mit. Sehr guter Anfang bisher. Das wird, glaube ich, ein schönes Display. So, es kommen die letzten 4. Booster Nummer 9. Ja gut, ich kann mich nicht beschweren. Wir haben schon 3 Misses. Also schön. Ich will natürlich noch weitere Gilden-Lieder. Und ja, natürlich noch Planeswalker, wenn es geht. Das wäre natürlich das schönste. Is-It-Gilden-Eingang. Schöne, das Tor. Die Dualänder, die will ich auf jeden Fall öfters haben. Auch der Skorpion. Den mag ich vom Flavor her unglaublich gerne. Und er ist auch nicht schlecht. Also warum nicht? Ausschwellende Wildheit. Pump. Azorius-Amulett. Ja, wie gesagt, die Amulette, die will ich alle öfters haben. Die kann man eigentlich immer mal spielen. Stich der Meuchlerin und wir kommen zu Rare. Vereinter Segen für 6 Mana, Verzauberung, Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 3, plus 3. Also es ist eine, ich weiß nicht, ob ihr die Glorious Anthem noch kennt, etwas älter. Alle Kreaturen kriegen plus 1, plus 1 für 3 Mana. Ist jetzt eigentlich nur die dreifache Version davon für 3 Mana. Finde ich eigentlich ganz cool. Zusammen mit Tokens, also Decks, die auf Masse spielen, durchaus spielbar. Nicht schlecht. Und ich glaube, ich habe schon wieder eine Feuil. Vogel und Land und Wirtin aus der Eichenstraße. Sehr merkwürdiger Name. Für 3 Mana 1, 2, solange es nicht dein Zug ist, sind getappte Kreaturen, die du kontrollierst, fluchsicher. Finde ich eigentlich ganz cool. Habe ich im Limited jetzt selber mal gespielt. Gibt also allen getappten Kreaturen Hexproof, nachdem sie zum Beispiel angegriffen haben. Finde ich eigentlich eine ganz coole Karte. Selber ankommen. Gibt definitiv schlechtere Karten. Booster Nummer 10. Es geht los mit dem Korosda Bewacher. Eine Eidechse, auf dem Eidwork erkennt man auch recht wenig, finde ich. Ich habe erst einmal gedacht, es wäre hier oben ein Krokodil, aber naja gut. Ja, Ratten gehen immer. Azorius Gildeneingang. Die Trickserei. Trick des Chemisters. Oder Chemisters. Na gut, ist jetzt eine deutsche Karte. Okay. Verwurzelte Verteidiger nochmal. Dann der Schlingender Schlamm. Als Ankommen. Nochmal die Ladungsmagierin. Schön, ist jetzt meine zweite. Da geht natürlich immer ein Playset. Azorius Justiziarin. Komplizierte Wörter. Und die Rare. Loxodon Trümmermacher. Habe ich auch letztens im Limited gespielt. Für 3, 4, 4 kann nicht gecountert werden, also neutralisiert werden. Und falls ein Zauberspruch oder eine Fähigkeit, die ein Gegner kontrolliert, also wird er aus deiner Hand abgeworfen, dann kann man ihn direkt ins Spiel bringen, anstatt ihn in den Friedhof zu legen. Ich verkürze das jetzt mal. Der Regeltext ist ja hier recht lang. Finde ich eine coole Karte. Ist eigentlich eine Sideboard-Karte gegen Discard-Decks. Dafür dann aber eine richtig gute. Nach hinten Werbung und Insel. Vorletztes Booster. Ja, ich muss ja schon fast gar nicht mehr auf gute Karten jetzt praktisch hoffen. In diesem ersten Unboxing-Video des Displays waren ja eigentlich schon gute Karten. Also ich kann mich in diesem Teil definitiv nicht beschweren. So, wir kommen zu den Ankommens. Bazar-Krubot, dann Vereinigung der Helden für 2 Mana, 7 Lebenspunkte. Sowas wird irgendwie in jeder Edition gedruckt und ich bin ja kein Fan von Lifegain, also hm. Golgari-Runenschlüssel, ja die Keyrunes oder Runenschlüssel zu deutsch finde ich auch alle sehr gelungen. Das ist jetzt die Golgari-Version, die ich eigentlich auch fast am stärksten finde. Kommt halt darauf an, was man spielt. Für 3 Mana machen sie immer 2 Mana, also Mana in Farbe ihrer Gilde. Und für 2 Mana werden sie zu Kreaturen. Die Golgari-Version wird zu einer 2-2-schwarz-grünen Insekt-Artefakt-Kreatur mit Todesberührung. Todesberührung ist natürlich die Fähigkeit, die diese Keyrun so gut macht. Ja, man kann einfach mit einem Artefakt, was eigentlich Mana macht, eine starke Kreatur beim Gegner totblocken. Solide Karte. Ja, ich glaube diese Karte habe ich im Spoiler schon dezent übersprungen. Instabile Bastelei für 4-4-4. Ja, wir lesen die Stelle. Wirf eine Münze. Wir kommen zum letzten Booster. Sowas mag ich immer nicht. Da muss man dann mit Würfeln würfeln, weil kein Mensch mit Münzen rumwirft. Und sowas will ich eigentlich nicht sehen. Das gehört eigentlich in eine Spaß-Edition. Naja. Egal. Letztes Booster für dieses 12er-Video. Nochmal ein Gildenland. Das ist auf jeden Fall solide. Noch ein Gildenland. Diesmal Celesnya. Bockbrücken-Troll. Ja, Trolle, grandios. Alles passend zu Golgari. Ich finde Golgari vom Flair einfach äußerst gut gelungen. Noch der Golgari-Gilden-Magier. Die finde ich ja auch immer cool. Für 3 kriegt eine Kreatur plus 1, plus 1 und 1 schüchtern bis zum Ende des Zuges. Und für 4 kann man eine Kreatur opfern, die kein Spielstein ist. Und kriegt dann so viele 1,1er-Saprolin-Kreaturen, wobei X, also man kriegt X Tokens, wobei X die Widerstandskraft der eropferten Kreatur ist. Und noch ein der, oh schön, Nivix-Gilden-Magier. Also der rot-blaue Gilden-Magier. Den nehme ich natürlich auch gerne mit. Und die Rare, die Stadt durchsuchen. Die werde ich nochmal vorlesen. Langer Text. Für 5 eine Verzauberung. Ah, kurz die Kamera. Wenn die Stadt durchsuchen ins Spiel kommt, schicke die obersten 5 Karten deiner Bibliothek ins Exil. Immer wenn du eine Karte mit dem gleichen Namen wie eine der ins Exil geschickten Karten spielst, kannst du eine der ins Exil geschickten Karten mit diesem Namen auf die Hand ihres Besitzers bringen. Also man kann die Karten aus dem Exil wieder zurück auf die Hand nehmen. Falls dann keine Karten mehr im Exil sind, die mit dieser Karte hier ins Exil geschickt wurden, kriegt man einen Extra-Zug. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Ist natürlich für das Constructed irgendwie nicht so wirklich die starke Karte, weil sie recht teuer und langsam ist. Im Commander bringt es nichts, weil da ist jede Karte nur einmal drin. Da kann man nicht dieselben Karten, die im Exil sind, nochmal spielen. Also leider unspielbar. Und letzte Karte ist nochmal eine Foyle. Waschino-Schieber für 3, 2, 1er. Wenn er ins Spiel kommt, kann man eine Karte aus der Hand abwerfen, falls man das tut, eine Karte ziehen. Ja, das war's für die ersten 12 Packs. Ja, 3 Missicks, davon Raktos. Solide Karte, finde ich eigentlich ganz cool. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit den ersten 12. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht guckt ihr euch ja noch andere Videos an. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao. Bis zum nächsten Mal.